Liebe Besucherinnen und Besucher aus dem Pixel-Labor in Bedefeld, das Pixel-Team wünscht euch allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das Jahr 2020 war doof, wegen dem Corona-Virus. Wir konnten dann kein Pixel-Frühstück mehr machen und kein Kursus mehr anbieten. Auch gab es keinen Kaffee mehr und wir mussten dann das Labor ganz schließen. Das hat uns allen sehr traurig gemacht. Wir konnten nicht einfach vorbeikommen. Kein Kaffee trinken und etwas schnacken. Das fehlt uns allen. Wir wünschen uns, dass es im nächsten Jahr alles besser wird. Darauf freuen wir uns sehr. Dann können wir uns endlich allen wieder treffen und sogar eine Feier machen. Es grüßt Sie, Frau Sadra und das Pixel-Team aus Bedefeld. bis zumoru. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020